Willkommen zurück zu Spyro 2. Ryptos Rage. Nun ja, wir sind stehen hier bei Breeze Harbor. Mal schauen, ob wir weiterkommen. Heute die nächsten 6 Level werden ja wirklich sehr interessant. Willkommen bei Breeze Harbor. Wir müssen erstmal alles wegmachen, was der Spieler ist. Wir müssen jetzt wiederholen. Wir müssen jetzt wiederholen. Ich mache ihn nicht weckern. Ich mache ihn nicht zu müssen. Ich mache ihn nicht mehr. Ich mache mich nicht mehr. Ich mache ihn nicht mehr. Ich mache ihn nicht mehr. Ich will ja nichts sagen, aber es ist wirklich das letzte Spiegel, was mir viel Spaß macht. Ich will ja nichts sagen, sondern ich darf nicht mit dem Messe den Karten gehen. Die Gegner werden alle zu manchen. Zähne... Zähne... Zähne! Zähne... 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 Vollkanzál... Die sind los kaputt... Das muss man sich erst mal in die andere Richtung Das war knapp Beinahe jetzt ziemlich gut Das war's für mich Das war's für mich Das war's für mich Das war's für mich Ich glaub es ist Das war's für mich Das ist mir Ja, das ist nicht so weggekommen. So. Die aktuelle Gäder fast schon weg sind. Das ist ja so. So müssen wir besser leben, sondern wir müssen gehen durch die Erhalte. Ja, ja. Das war's. Jetzt kommen wir nämlich das Schiff in die Vorher. Oh, Taktivio. Thanks for getting our ship fired up, Spiro. Now! Das war's für heute. Fertig! Das ist doch krass. So, Trouble with the... Dabei habe ich doch gerade die X gedrückt. Jetzt habe ich doch nichts gedrückt. Jetzt habe ich doch nicht die Xen vertreten. So, ordentlich leicht. Das ist alles gut. Wauw, oh. Das ist ein Wunderschön. Das ist ein Wunderschön. Was ist das? Das war... Das ist so sick. Raus hier. Loll. Tja, läuft doch ganz gut. Bis zum nächsten Mal und dann geht´s weiter. Tschau.